Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Fun Let's Play von TTT. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil wegen zu viele verschiedene Let's Plays. Ich bin die Kitty. Mein Stuhl quietscht. Lassen quietschen und ich bin das Korbliko. Ich bin der Action Creeper. Bist du dir sicher, dass es... Kitty anziehen? Moment! Ich würde gerade sagen, solange nur der Stuhl quietscht und nicht du, ist alles gut. So, einmal F3. Ich hänge an meinem Trommelfil, weißt du? Achso, ich bin innozent. Ich bin nicht verbreitend. Als erstes mal noch, das ist jetzt Test, ob das funktioniert. Also nicht wundern, dass wir jetzt zur Drittaufnahme machen. Jetzt geh mal weg da, ich komme hier den Tisch nicht mehr hoch. Wir werden leider momentan einfach nicht mehr Leute, aber ich hätte trotzdem Lust gehabt, Gary's mal zu spielen. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mit auf. Vielleicht wird es ja trotzdem lustig. Und ansonsten müsst ihr euch halt unlustige Sachen angucken. Mit dir unlustige Sachen angucken. Ja. Wenn du dich erschreckst. Lass mich. Ich bin der beste Traitor der Welt, gell? Einbildung ist eigentlich eine Bildung. Bei manchen sogar die einzige. Ja. Und zweites, das wissen die Jungs schon, ich habe heute ein leichtes Handicap denen gegenüber. Ich habe da verbannt. Ich habe da verbannt. Ja, ich kann so weit in die Kamera gerade reingehalten. Ich kann nicht so gut klicken, ich kann meine Hand nur sehr wenig bewegen. Und dementsprechend, warum hast du well gesagt? Das wüsste ich jetzt auch kennen. Ich bin rutschen. Achso, okay. Nein, du rutschst nicht. Ja, doch, die kleine Rutsche. Achso, ja, gut. Ja, okay. Genau, äh, also dementsprechend bitte nicht wundern, wenn ich zwischendrin mich vielleicht nicht ganz... Hallo, Kitty. Wer kann's Gorpi kurz bei mir? Okay. Wenn ich mich mal nicht so gut führe. Kitty ist Baden. Ja, weil ich die Muni eingesammelt habe. Geh weg. Zieh nicht so auf mich. Ich will hier raus. Ich bin hier draußen. Geh weg. Du, hä? Ich gehe gleich wieder ins Wasserhaus zu essen rein. Ja! Okay, Creeper, wo bist du? Das war nicht egal, ich sehe dich. Daneben. Kann passieren. Okay. Ashley. Okay. Ah, yes! Eine andere Chance habe ich nicht mehr gehabt. Mit meinem Paar Leben. Ja. Achso, und er hat dich nicht ganz verfehlt. Er hat dich halt nur gestriffen. Mit der Gauss. Schaden hast du gekriegt. Ja, ja. Trotzdem ist fast verfehlt. Das war voll gemein, Creeper. Ich bin noch voll am erzählen, dass ich da das Handicap hab, weißt du? Und du ballerst mich da weg mit dem scheiß riesen Ding, ey. Und du warst immer beim Pflichtzitter von. Du bist voll der Kacker, ey. Hä? Tja. Ah, jetzt. Alter, was ist denn jetzt kaputt? Steht denn so, wie es verdient, Kitty? Ich seh dich auch gern leiden, Penner. Naja, ich weiß. Wahnsinn, ey. Da ist bestimmt wieder dein Pennerzettel hochgehalten. Nein, den hab ich nicht mehr, ich muss erst einen neuen schreiben. Mach ich aber gleich. Verdient hättest du es, ich bin Inno. Ich bin wieder am fliehen. Ah, ja? Ich will ne Glock. Warum willst du ne Glock? Weil ich die Glock mag. Dann stell sie doch einen am Anfang. Achso, warte mal, Moment. Ähm, und Kitty? Ich bin schon dabei, mich anzuziehen. Ja, eben. Glock, Glock, Glock. Gibt keine Glock. Aber warte mal, dann stell ich das gleich mal für nächste Runde ein. Und die Glock. Warte mal, wie hatte ich das gemacht? Also einmal Rifle, einmal Glock und... Nein, nicht Smoke. Disco. Submit. Warte. Ich hab mal die Brand. Die Incendary. Nö, ich mag die Disco. Ich spiel ja mit den Dingern nur rum. Wieso renne ich denn hier grad mit der Pistole durch die Gegend? Keine Ahnung. RIPA! Disco! Mach's mit fliegen? Nein. Nicht? Ich wollte fliegen, aber das wäre echt zu langsam gewesen jetzt. Äh, warum komm ich hier nicht durch? Achso, weil ich hinten durch muss. Du kommst hier nicht rein. Ja, ich merk das. Wo ist denn überhaupt? Oh, jetzt, was ist denn? Ich laufe nur im Kreis grad. Die ist weg. Die kleine. Die hat nämlich Angst. Achso. Vor wem? Vor euch, hä? Warum? Ich such die. Kitty ist weg. Ich such sie. Warum? Bist im Twitter-Shop, ja? Äh, Twitter. Ich bin im Twitter-Shop, genau. Bist im Twitter-Raum? Ja. Dann geh jetzt nicht ins Wasser. Ja, es könnte sein, dass ich zumach. Bist ihr schon gleich wieder vollzüglich? Geh weg, Creeper! Ich hab sie gefunden. Im Boiler-Raum. Verschwinde! Spür mir sie ein? Okay. Scorpico, geh weg. Mach bloß Tür zu. Äh, zu! Nicht auf! So. Creeper ist wieder hier? Ja. Mach die Tür wieder zu und verpiss dich. Nein, ich warte drauf, dass du anfängst zu schießen. Deswegen verstecke ich mich, weil ich anfange zu schießen. Scorpico! Oh! Oh nein. Scheiße gelaufen, wenn man nicht trifft, gell? Hä? Das ist Alu-Karts-Pist, du bist du bescheuert? Vergiss es. Ich hab dich zweimal eigentlich getroffen. Laut meiner Ansicht. Mit der Alu-Karts hast du mich einmal getroffen. Ja, aber dann müsstest du tot sein. Ja, das hatten wir aber jetzt schon des Öfteren, dass das nicht immer ist. Wahrscheinlich hast du mich einfach blöd am Arm getroffen und deswegen hab ich nur Schaden. Ich glaub ich hab auch noch 23 Leben, also. Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab grad meine Waffe weggeworben. Ja. Passiert. Egal. Passiert. War das jetzt ne Clock? Ne, ne? Ich mag die Musik einfach von der Pistole. Ja, ich auch. Ich find die voll geil. Lass mich da durch jetzt! Mittlerweile weiß ich, warum, äh, 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 Ruhmendi immer so mochte. Ja? Ja, weil die Musik geil ist. Ich hab meine Waffe weggeworben wieder. Ich hab meine Waffe weggeworben wieder. Ich will keine Pistole. Ich hab was besseres. Ja, ich hab ne klar. Ja, Moment. Äh, Inno. The same. Ich bin ein Inno. Was für Muni brauchten die? Was die glaubt, die normale. Ja, ich komm ja nicht weg. Ich seh da immer nicht durch. Ich bin schon froh, dass ich mittlerweile erkenne, was für Muni, äh, die Sprotze braucht. Die große. Dieser wird ihm nicht schwer zu erkennen. Äh. Wieso? Äh, 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 hier ist rennende zweite Killer. Danke. 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 Na, Creeper, wo bist du? Ach, weit weg von dir. Ist immer gut. Find ich gut. Ja, find ich auch. Ach du Scheiße, das ist ja gemein. Was? Dieses SATM funktioniert nicht. SATM, das hat noch nie richtig funktioniert. Ich muss halt anders machen. Wo bist denn du? Weg. Okay. Ähm, so. Ich hab dich nicht gesehen. Du hast durch die Mauer durchgeschossen. Nein, er war ein Stück drüber. Er ist ein Stück größer wie die Mauer. Okay, weil ich hab nicht gesehen. Ich hab eigentlich genau dahin gezielt. Ja, er hat auch. Er hat dreimal knapp über dich drüber geschossen, weil er auf deinen Kopf geschossen hat. Auf deine Haare. Und es wäre schön, wenn es nächste Mal nicht spontan auf einmal eine Killer Kitty vor mir stehen würde. Ich wusste gar nicht, wie ich reagiert. Ich hab das überhaupt nicht richtig gecheckt, dass da gerade ich vor mir stehe. Äh. Nie wieder. Ach doch, das war lustig. Du durfte eine Kitty töten. Äh, wir haben schon wieder kein Preparing-Ding. Und doch. Ah, jetzt. Bei mir stand da die ganze Zeit null. Ja, bei mir auch, aber... Geh weg. Verschwinde. Dann bin ich in Ruhe. Ich bin schon wieder nur in O. Bin auch in O. Glaube ich dir nicht. Ich werde heute kein Traitor, wie es aussieht. Geh weg, Creeper. Wieso mach ich da Angst? Zieh dich mal an. Nee, du klaust mir doch eh wieder. Äh, Creeper zieht deine Klamotten an. Das will ich nicht sehen. Da hast du doch mal gesehen. Das Schlimme ist, er zieht sich irgendwie auch meine Haut an. Ja, das ist total genau. Wer sagst du auch, wenn ich eine Scheibe kaputt und mal bist du doof? Geflex. Erstmal auch sagen. Ja. Mach dir nur eure Spielchen da hinten. Lass mich raus. Komm, Kitty, wir spielen miteinander. Nein. Nein. Heute wird nicht gespielt. Heute alles tut ernst. Mir fällt gerade auf, dass mein Essen im Bild ist. Mahlzeit. Nee, nee, das muss nicht unbedingt im Bild sein. Ja, Mahlzeit, sag ich doch. Lass dir schmecken. Wo seid denn die überhaupt? Nee, ich esse doch gerade gar nicht. Das ist deine Kitty. Nein, Kitty geht baden. Ui. Ja, die gibt dir eine Rutsche gerade. Runter. Was war das? Weiß ich nicht. Mich hat irgendwas extrem stark getroffen. Ich hab dich gehört. So, ööö. Mhm. Chaos, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, Creeper steht oben. Ja, ich kann's nicht sein. Du hast mich runterrutschen sehen in der Zeit. Ja, Creeper steht da oben. Sniper Punkt. Na toll, und ich hab ne... ...Schrotze. Eine Kitty steht... Stimmt doch gar nicht. Hast du schon wieder mein Aussehen angenommen, du Penner? Nein. Also ja. Du bist so eine Wichskröte. Ich weiß. Ich weiß. Ist schön für dich. Arschloch. Willst du dich selber töten? Nein. Ja, okay, warte. Ich zieh mich wiederum. Ist hier nirgendwo ne Rifle? Ne, anscheinend nicht. Du gehst mal langsam aus deinem Versteck rauskommen. Äh, ich laufe hier die ganze Zeit rum. Hm. Ich seh dich aber nicht. Ja, ich such grad ne Rifle. Ah ja. Okay. Au! Nein! Tun sie dem nicht. Hab ich den Popo geschossen? Ah, ne. Mein Popo hätt's mir abgezogen. Hat jetzt Angst? Ah! 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 Was? Hä? Was? Wo? Wie? Hä? Silenced. Ja, wo? Ach du Wichser. Ach du Wichser. Ja, ich hab erst überlegt, ob ich mich einfach in so'n Raum reinhock und warte, bis du wieder runterkommst. Das Problem ist, hinten war keine einzige Rifle. Hallo, Kripa. Hallo, Kripa. Warum hallo, Kripa? Ja, genau, bleibt euch ruhig stehen. Ich hab die einzige Rifle in dem Spiel. Und jetzt hab ich auch einen. Die man zurückkriegt. Und ne Diegel. Inno. Inno. Ich hab ne Glock. Mal's da. Equip. So, nicht umbringen, bitte. Ich bin weg von dir. Äh, ne, Creeper ist vor mir. Da liegt ne Rifle. Das ist schön, ich hab mal ne eigene. Wieso bin ich eigentlich die ganze Zeit Inno? Sonst, weißt du, sonst werde ich alle zwei Runden Traitor. Und jetzt gar nicht. Jetzt, wo ich endlich ein bisschen besser geworden bin. Tja. Was, hm. Ah, Miss Kitty. Ja. Müsst man ja so ein Schälchen Milchwaffe geben. Nein. Hier liegt noch ne Duel. Wo seid ihr? Woanders wie du häufig. Ja. Du warst noch nicht weiter. Das richtig. Für die hab ich am meisten Angst. Zum Unschulzengel überhaupt. Ja, du Gott, du. Ich bin innocent. Ja, Kerl, du. Du bist ne Unschulzengel. Alles klar. Du gibst mir nachher dann kein Recht, wenn du gesehen hast, dass ich Inno war. Ich seh schon, komm jetzt gleich hinterrückst, ermordet. Von wem? Ja, von Kitty. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich irr hier grade so relativ ziellos durch die Gegend. Ich suche mal ne Lieblingswaffe und, ähm, anscheinend gibt's die nicht heute. Welche dann? Ein Striker. Ach so. Weiß ich nicht. Also vorhin hatte ich sie mal gesehen. Ja, ähm, erst die Runde hab ich jetzt, ähm, eigentlich jetzt fast die komplette Map abgesucht und ich hab sie nicht gefunden. Au! Ich werde beschossen! Okay, wo, wo bist du? Ich, äh, ich bin hier oben. Oh, nein! Oh, nein! Oh! Jetzt hock der oben auf den Sniperpunkte, oder? Ich? Niemals. Oh, doch. siehst du mich jetzt nicht aber jetzt wo schießt denn du hin daneben immer noch daneben ich brauche dringend eine weife die fliegt seine weifel nehmen sie in besitz und präsentieren zu spät ich finde das toll zeigt die map die ich unbedingt haben wollte die gibt es nicht mehr die wenigen zeit ein paar aufnahmesetzungen doch da ist er doch tempel ja komm dann gehen wir mal zum tempel ja dann gehen wir halt in den tempel so ich hoffe es hat euch spaß gemacht also ich wäre schon dafür dass wir die folge hochladen weil so schlecht war sie eigentlich nicht uhr ich meine reine ble illusions lustig also ich bei der zapke auch anbietet ok oder überall ich hoffe es richtig gefallen und Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschö.